Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist auch ein Momentumare, wie ihr seht, mit deinem F-F-F-Fucking-Lalala-Lights. Ich hab hier natürlich auch wieder Unterstützung. Und, ähm, ja, die Unterstützung ist nicht immer eine Unterstützung, aber, ja, man kann's lassen, ne? Man kann's lassen, denn ich... Phil Baggins hilft mir, ist leider nicht im Test, das heißt, er ist ein stummer Begleiter. Wenn ihr auch mal stummer Begleiter sein wollt, sagt mir das einfach mal. Ein Telefon, jawoll. Ah? Okay, noch eins hoch. Haha, wie er eben in die Fresse springt. Lass mich auf. Die Mauer! Hey! Ich bin die Mauer hier. Ich... Was ich... Ich muss mir wirklich wieder, äh, Molotow-Cocktails bauen, ne? Ein bisschen die Stimmung anheizen hier. So, wo geht's hier jetzt weiter? Oh! Oh! So, ich will auch den Sprung kicken können. Ja, ich mach ihm jetzt was zu fleiß. Was, was, was? Ah, komm her, lass dich verbinden. Ja, war ein kleiner Scherz und so, ne? Wir kommen wohl nicht raus zum Spielen. Hinter uns ist was. Oh, der ist der... Ne, der ist oben. Der ist oben. Jawoll! Pistolen Munition voll. Ich sollte vielleicht auch mehr auf die Pistole gehen. Alter, ich erschrecke mich hier die ganze Zeit. Okay. Aber wo muss ich denn eigentlich hin? Ah, hier! Alter! Wer schreit denn hier so? Komm! Da waren Bomberinnen. Den habe ich es gezeigt hier. Voll in die... Fresse geschossen. Ah, hier ist der andere Teil. Doppelt looten. Ja! Das wollen wir. Ja, ich kann euch das Spiel ohne Scheiß. Ich kann es euch nur empfehlen. Es macht riesen Spaß. Und der Zombie-Modus ist auch ziemlich geil. Muss man sagen. Kann man sagen, was man will. Okay. So. Ja! Ja! Waren da hinten welche oder täuscht das? Fuck! Fuck, Alter! Alter, seht euch das an! Wer hat denn die so hingerafft? Ja! Hör auf Leichen rutschen! Ich gehe über Leichen wie ein Mikrophiler. Hahaha! Ah, der, der ist... Der passt hier nicht ganz... Der passt hier nicht ins Bild, ne? So, wir gehen jetzt hier rein. Da ist jemand drinnen. Weint da ein Kind? Fuck! Mist, was ist das? Aus der Hüfte raus! Wird geschossen. Hier! Noch jemand? Will noch jemand? So. Alter, da sind ja wirklich viele rausgekommen und so, ne? Okay, looten tun wir auch ein bisschen. Man weiß ja nicht, ne? So, jetzt gehen wir hier rein. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Weg! Weg! Hier! Weg! Ich bin eigentlich kinderlieb. Merkt man's? Ich bin... So richtig... Kinder, leb! Oh, geh und das Zofo! Geh und das Zofo, dass deinem Pudding nicht gefressen! Ja! Okay. Puh! Okay, jetzt kenne ich diese auch. Und zwar sind das kleine Kinder, Zombie-Kinder, die halt schreien, uns nicht angreifen, schreien, aber somit alle Zombies in der Nähe irgendwie zu sich rufen. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut und wir dürfen höchstwahrscheinlich jetzt laufen. Okay, alles erledigt. Wunderbar. Und, ähm, ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Wo unten? Ja, ja, er zündet noch alles an. Hey, du widerlicher... Gott im Himmel! Michael! Wenn ich ins Gras beißen sollte, musst du... Weg mit dir! Den Sprengzünder nehmen! Raus aus dem Gebäude und es in die Luft, ja! Seht nicht so einen Blödsinn, Michael. Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort! Lass den Sprengzünder! Michael! Michael! Wo ist Michael? Wo geht's denn hier runter? Okay. Ah. Aber ich kenn... Ich kenn den Weg nicht ganz, ne? Aber ich schätze mal, genauso wieder zurück, wie wir hier immer hergekommen sind. Ah, okay. Wir müssen, glaub ich, hier war irgendwo der Lift wieder. Ah. Ne? Okay. Ah, hier war's Loch. Okay. Hätte ich eh gefunden, aber jetzt zählt wirklich jede Sekunde. Falsch, oder? Wir sind hier falsch! Komplett falsch! Ja, oben drüber, ich unten durch. Vielleicht müssen wir einfach den Lift holen, oder? Ne. Ah, okay. Hier wieder rauf. Zum Glück hilft mir ja etwas, denn vier Augen sind besser als zwei. Wobei er auch einen ziemlichen Stoß zusammenläuft. Alter, er hat's schon durchgespielt, nicht ich? Ja, hochsicher nicht. Er hat eh gestimmt, wo ich war. Änder der. Ne, hier geht's nicht weiter. Hm. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Das ist irgendwie eine Sackgasse, oder? Täuscht das? Ja, komm, komm, komm. Das ist ja wirklich... Zum Glück sind keine Gegner da, oder so. Okay. Ja, hier sind wir durchgelaufen, ne? Aber ich sollte mich nicht nach der Karte orientieren, sondern schauen, wo ich hinlaufe, ne? Da war irgendwo der Lift, oder? Nee, doch nicht noch weiter hoch. Wir sind im Elften. Am zwölften. Ich dachte, wir müssen runter, nicht rauf. Wir müssen runter. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Nein, du bist so ein Affe. Nein, er ist so ein Affe. Er ist auch runtergesprungen. Ja, so sollte es nicht laufen. Liebe Leute, so sollte es wirklich nicht laufen. Ah, wie geil war das denn jetzt? Nein, hier kommst du nicht durch, ne? Wir müssen wieder so. Ja. Dann hier. Dann sind wir, glaube ich... ...da so nach vorne. Ja, irgendwo gingen die Stiegen nach oben, ne? Okay. Bisschen liegt hier, ne? Ja, ein bisschen looten darf man ja noch, ne? Quatsch! Okay, laufen wir mal. Suchen wir den Weg. Nach oben. Dann ging es ja hier nach oben. Ah, das ist ja wirklich eine schnelle Kamerasteuerung, ne? So, jetzt müsste es hier irgendwo nach oben gehen. Wieder. Nee. Das ist so eine Sackgasse und so. Jetzt ist er runtergefallen wieder. Ah, er ist tot. Das gibt's doch nicht. Ich konnte mich nicht festhalten. Wie? Alter? Ja, was soll man da noch sagen? So. So. Okay, ich hab mich fest. Im Griff. Boah. Okay, ich hab's überlebt. Du kannst springen. Alter, ich kann dich nicht wieder beleben. Seht ihr euch an. Seht ihr euch an? Ohne Witz, seht ihr euch an. Wie er gleich springen wird. Ich glaub, dass man wahrscheinlich auf die Seile hinspringen konnte. Ja, jetzt springt er gleich wieder. Jetzt springt! Ich stell mich in die erste Reihe und schreie. Spring! Erlöse dich! Spring! Ja, ja, macht es genau so, wie ich's mir gedacht hab. So. Nach unten geht's. Fuck. Oh, Mist. Okay, das sind... Oh, fuck. Das ist ein großer. Alter, der hat mich aber jetzt nicht erwischt. Weg! Alter, der... Wieso hat der so eine Reichweite? Gibt's doch nicht. Oh, oh. 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 Alter, Falter. Alter, Falter. Das war jetzt wirklich heftig. So. Momentar voll. Okay. Die haben wir schön... Oh, der Arme. Ist hier gestorben. So, ich hab alle... Nee, ich hab alle Zeit. Inventar voll. Wieso? Hä? Was hau ich weg? Ich hab eigentlich nicht so viel eingesteckt, ne? Pippe. So, weiter geht's. Jetzt geh die nach unten. Oh. Oh. Ja. Hättest du dir so gedacht? Ich bin ab und zu wirklich ein Arschluck. Ab und zu aber nur. So, mach mal halb lang. Hehehe. Ein schlechter Wartwitz war das. So, mal schauen, ob er überlebt hat. Ich hoffe, du bist okay, Mann. Sieht schlecht aus wie ihn. Lauf! Ah, komm, Alter. Komm! Komm! Komm, nehm ihn dir. Der ist eh schon tot. So. Looten tun wir ihn. Oder vielleicht doch... Du brauchst deine Füße nicht. Jetzt looten wir ihn. Und ja, Leute, wie es weitergeht. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Momentum, Ari. Ciao, ciao. Und ein Träumchen wäre ein Träumchen. Tschüss.